Einstiege reinigen finde ich sehr nervig, aber deswegen habe ich eine Methode entwickelt, wie ich sie schnell und trotzdem gründlich sauber bekomme. Probier sie doch auch mal aus. Als erstes sprühe ich einen Allzweckreiniger, der leicht alkalisch ist auf die schmutzigen Bereiche. Meistens verwende ich den Sonax Multistar in 1 zu 5 verdünnt. Dann wird gründlich ausgespült, um alle Partikel zu entfernen. Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger. Achte einfach drauf, in einem ganz flachen Winkel zu arbeiten, dann passiert nichts. Beim Kofferraum ist das aber wirklich ein bisschen schwieriger. Hier droht schnell Überflutungsgefahr. Falls unsicher bist und wenig Erfahrung hast, spüle einfach die Spalten bei geschlossener Kofferraumklappe durch. Das hilft schon echt viel und ist risikolos. So, Hand anlegen. Die Scharniere und Türfalzen pinsel ich mit einem weichen Pinsel mit Kunststoffmantel sauber. Für die großen Flächen nehme ich einen Mikrofaserhandschuh. Chenilhandschuh machen sich hier besonders gut. Fast fertig. Jetzt noch außen und oder innen abspülen, mit Druckluft und Mikrofaser trocknen und sauber sind die Einstiegslast. Bis zum nächsten Mal.